Matthias Tischer, oder kurz Tischi, ist ein Urgestein des 1. FC Magdeburg. Jahrelang ein sicherer Rückhalt für das Team, jetzt ein wichtiger Baustein im Trainerstab, aber immer ein Liebling der Fans. Über 20 Jahre stand er für den Verein zwischen den Pfosten und war maßgeblich an den großen Erfolgen der letzten Jahre beteiligt. Richtig prägnant war natürlich der Aufstieg, klar, in Offenbach dann eben auch diesen Sieg dann einzufahren und dann nach Hause zu kommen und hier die ganzen Fans eben zu sehen und wie die sich freuen, wie die danach eben sich gesehnt haben, eben in die 3. Liga aufzusteigen, aber eben auch alle Pokalsieger. Also in Halle war eben auch was Spezielles, dort zu gewinnen, da den Pokal zu holen und eben unseren Fans in deren Kurve den Pokal zu zeigen. Also das war schon was Tolles. 2016 hat er sein letztes Punktspiel für den FCM bestritten und wurde Torwarttrainer des Vereins zur Saison 2016-2017. Der Schritt war nicht ganz so schwer, weil zum Winter wurde mir eigentlich schon mitgeteilt, dass mit mir als Spieler eben nicht verlängert wird. Und dann letztendlich habe ich die ganze Zeit immer überlegt, was machst du? Und dann kam ich eben zu dem Schluss, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, für einen anderen Verein aufzulaufen. Da war mir dann klar, dass ich dann eben dieses Angebot vom Verein eben annehmen werde. Und dass letztendlich natürlich dann auch noch die Stelle des Torwarttrainers frei wurde, war natürlich für mich das Beste, was mir passieren konnte, weil davon habe ich eben am meisten Ahnung. Da kann ich dem Verein am meisten zurückgeben. Matthias Tischer trainiert nun seine ehemaligen Vereinskollegen. Für ihn ist das kein Problem, denn an seiner Persönlichkeit hat sich ja nichts geändert. Ein akribischer, ehrlicher und ehrgeiziger Typ. Da stört es auch nicht, dass er etwas mehr zu tun hat als manch anderer Torwarttrainer. Die Situation hier ist ein bisschen komplizierter, weil ich bin nicht nur rein Torwarttrainer von der ersten Mannschaft, sondern ich bin Torwarttrainer des gesamten Vereins. Das bedeutet, ich trainiere die U15, U16, U17, U19 und die erste Herren. Es geht eben darum, dass man eben einen guten Überblick über den kompletten Torhüterstab im Nachwuchsleistungszentrum bis zur ersten hat und ich dann eben alles eigentlich selbstständig eben abarbeite. Im Verein macht er große Schritte. Im Privatleben bleibt Tischi bodenständig und geerdet. Ich habe ja jetzt erst eine kleine Tochter bekommen im April und von dem her gilt es natürlich viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja und dann wie jeder andere auch, man hat ja trotzdem sein tägliches Tun, Einkaufen oder Sonstiges, also da ändert sich ja auch nichts. Matthias Tischer will dem 1. FC Magdeburg auch in Zukunft treu bleiben. Ganz nach dem Motto, einmal, immer.